Willkommen zurück zu State of Decade 2 mit dem Heartland DLC. So, fahren wir zur befreundeten Enklave. Versuchen wir noch unser Luxus-Gram loszuwerden. Hat sich etwas verhakt. So. Ach, er hat wieder ein neues Ding. Verkaufen. Trinkt aber echt nicht viel, ne? Problem ist, ich muss... Na, muss ich eigentlich gar nicht. Ich kann... Auch hier was wieder rin klatschen, zack. Gut zu sehen. Mal sehen, was du hast. Kein Problem. Das ist eine Lade und eine halbe. So, hab ne Hose. Mal gucken, wo der Koloss ist. Scheinbar nicht mehr hier, oder? Das würde mich ja sehr freuen. Ja, ja, ja. Schöne mal deine Base jetzt hier. So, das packe ich in den Göffel um. Ähm... Wie sieht's aus mit Essen und Rohstoffen? Rohstoffen auf jeden Fall. Essen auch. Sehr schön. Hörer Scheinbarer. Ich habe gerade etwas gewusst. Wir sind in der modernen Stoen-Age-Familie. Wir haben sogar die Karton-Dinosauren. Haben wir denn noch Sprit für die Karre eigentlich? Jo, tanken wir gleich. Und dann kommen die beiden erst mal ins Grand-Denet-Selt. Warum fahre ich eigentlich nur mit der Karre hier? Die hat 8 Slots und er hier? Er frisst natürlich einen Haufen Sprit, ne? Hat genauso viele. Ähm, na gut. Dann ab mit dir ins Bettchen. Ich muss Sitzung. Ich fühle mich an Bremsen. Ich fühle mich an Bremsen. Ein bisschen Sitzung hätte ich mich ab. So, ähm, Verbesserung. Ähm, ähm. Ich kann nicht glauben, wir haben eine Base so groß wie dieser. Ähm. erhöhte gesundheit schießen schnelleres nachladen ich glaube erhöhe die haltbarkeit ist nochmal schöner na gut würde ich eigentlich gerne mitnehmen wollen können wir den medizinparksack noch abladen 19 ok so ist bloß die frage ich bräuchte munition 13 schuss ist es nicht doll es ist nicht doll direkt was herstellen können wir jetzt noch nicht nehmen munition gucken wir doch da mal vorbei lilly talking about how she and her brother played here when they were kids must have been fun oh sehr nice sehr nice sehr nice wir brauchen ja die 12g waren das ne bevor ich das jetzt herstelle gucke ich drüber nach das ist auch cool machen wir gleich ich krieg da 50 cool 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 dann packe ich aber gleich ein paar patronen wieder aus wir sind erst bei tag 3 ok dann hinzu rei santos ach muss ich den anderen charakter nehmen warum muss ich denn ihn nehmen ach nee das dachte er ist hier dann war der die ganze zeit hier und hat die solchen zum bis quasi zu uns gelockt war so wird ein schuh draus ok vorratsbesorgung wo sollen wir denn hin ich finde es tatsächlich gerade ein bisschen interessant weil wir waren da jetzt und plötzlich soll da wieder was sein ach nee wir müssen so rumfahren ja da ist kolossi und da ist auf immer immer drin ach die wohnen da jetzt das ist ja hier hier Komm in. Ich fühle mich, dass du mich hörst, obwohl du nie antwortest. Bitte antworten, wenn du kannst. Ich wollte nur wissen, dass du bist. Und dass ich nicht alleine bin. Was war das denn jetzt? Warum auf einmal dieser komische dunkle Sound hier? Könnt ihr Benzin sehen? Mensch, ich wollte doch hier gucken. Wo müssen wir denn hin? Na komm, dann bringen wir erstmal das Benzin zurück. Das liegt der Top. Schön. Ich finde es ein bisschen blöd, dass man damit zur Basis fahren muss extra. Ähm. Das könnte interessant werden tatsächlich. Und der hat ja auf jeden Fall da sein Lager. Ähm. Wo ich in State of Decay 1 auf jeden Fall mein Endlager hatte. Hatte ich da mein Endlager? Ich glaube. Nee, nee, nee. Aber eine ziemlich lange Zeit. Und ich glaube bei dem Teil auf der normalen Map hatten wir da auch dann unser Lager, weil es recht groß war. So, jetzt fahren wir noch weiter. Ich glaube in diesem Abschnitt waren wir noch nicht auf der Map hier. Für alle, die vielleicht ein bisschen verwirrt sind, diese Map gibt es halt jetzt in diesem Heartland DLC. Beziehungsweise ist es gleich in der Juggernaut Edition mit drin. Und diese Map in etwas anderer Form, möchte ich mal sagen. Und dann gibt es halt auch als klassische Überlebens-Bam, nenn ich es mal. Ja. 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 Ich kann aber gerade nicht so wirklich sagen, wie viel sich tatsächlich auf dieser Map verändert hat. Das war glaube ich schon immer hier so. Ja. Ja. Oh, oh, oh. So, sieht nicht so gut aus, die leeren Nester. Was soll? Oh, nö. Wir haben einen Feral da. Oh, hell yeah! Ähm. Okay. Ähm, ich würde sagen, folgen kann ich sein. Spitze, bedanke mich. Bis denne. Hey, erinnert mich? Ich höre, diese Leute haben sich herum und vielleicht ein paar Fragen haben. Wenn ihr bereit für Antworten seid, möchtet wir uns zusammen? Ja, ich würde sagen, wir haben ein paar Antworten.